Ein alterer Mann mit 75 Jahren heiratet der jungen Dirndl mit kalswarzen Haaren. 17 Jahre war das Dirndl erst alt. Kein Wunder, dass dem Mann das Sackgericht gefällt. In seine Augen, da kann man fast lesen, dass er das Dirndl am liebsten fressen. Der Hochzeitstag, er fühlt sich langsam vor ihm, der da wart schon fast nicht mehr bis die Hochzeitsnacht kommt. Er sagt, liebe Marie, hoffentlich bist du aufgeklärt. Ich muss Dir schon sagen, das war nicht so viel wert. Nein, sagt die Marie, aufgeklärt bin ich nicht. Nein, bei uns daheim ist es gegangen, der Vogt gar nicht zu reden. Ja, Marie, hat der Mama denn wirklich nichts gesagt? Man merkt dem Mann an, dass ihn da geduldet gebraucht. Nein, sagt die Marie, kannst du ihn tun, das ist nicht klar. Nein, nein, sie hat mir wirklich gar nichts gesagt. Nein, sei, was sagt er. Da bin ich auch gefressen. Da können wir nichts machen, weil ich was vergessen.